Hallo und herzlich willkommen zum Technikratgeber mit Wolfgang Rudolf. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich möchte Ihnen mal einen Tipp geben. Viele Satellitenreceiver haben mehr Möglichkeiten eingebaut, als freigeschaltet sind. Was heißt das? Nun, die Hersteller, die produzieren ein Produkt, weil es kostengünstig ist, und packen alle Möglichkeiten da hinein. Zum Beispiel auch eine Aufnahmemöglichkeit. Nun wollen Sie aber diese Aufnahmemöglichkeit, die ja auch Entwicklung gekostet hat und so weiter, auch bezahlt haben. Müssen Sie ja auch. Und deswegen ist die nicht freigeschaltet. Sie kaufen den Receiver, der ist voll funktionsfähig, nur aufnehmen können Sie nicht. Sie haben aber die Möglichkeit, das Betriebssystem zu ändern, ein Update zu kaufen auf einer CD, wie wir sie hier sehen. So, und diese CD beinhaltet nun eine Betriebssystemversion, die auch das Aufnehmen, die Aufnahmefunktion als Videorekorder benutzt. Wie macht man das? Dummerweise ist es so, dass die meisten Hersteller sagen, diese CD kannst du nicht in deinen Satellitenreceiver einlegen, sondern du musst erst mal die Dateien davon auf einen USB-Stick draufschieben. Und wenn die da drauf sind, dann kannst du diesen USB-Stick in den Receiver hineinstecken und kannst dann mit der Fernbedienung das Setup aufrufen und das Update machen. Dabei müssen Sie noch eins wissen, Sie verlieren in aller Regel dabei Ihre Einstellungen, das heißt Ihre Senderspeicher und so weiter. Da gibt es Receiver, da können Sie vorher ein Backup machen, auch auf USB, dann das Betriebssystem updaten um die Aufnahmefunktion und anschließend spielen Sie dann Ihre alten Einstellungen so wieder ein und dann haben Sie das, was Sie vorher hatten, nur jetzt können Sie natürlich aufnehmen, sehr flexibel, sehr schön und natürlich auch verwalten und wiedergeben und hin und her und so weiter. Eine interessante Alternative, die Sie sich ansehen sollten. Und Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017